Helene Fischer vs. Florian Silbereisen Gibt es zu Ostern einen Konkurrenzkampf? TV-Programm zu Ostern Zu Ostern dürfen sich Schlagerfans sowohl über Florian Silbereisen als auch Helene Fischer im TV freuen. Wird es zwischen den beiden Stars etwa einen Kampf um die besseren Quoten geben? Helene Fischer vs. Florian Silbereisen Zehn Jahre lang waren Helene Fischer, 39, und Florian Silbereisen, 42, das absolute Traumpaar in der Schlagerwelt. Nun sind die beiden schon seit etwa sechs Jahren getrennt, und dennoch freuen sich die Fans immer riesig, den Entertainer und die Schlagerqueen gemeinsam auf der Bühne zu sehen, wie zuletzt bei den Schlager-Champions im Januar. An Ostern könnte es jedoch zu einem TV-Battle der beiden Schlagerstars kommen. Denn sowohl Helene Fischer als auch Florian Silbereisen werden über die Feiertage im Fernsehen zu sehen sein. Helene Fischer, Rauschleif und ZDF-Traumschiff Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Osterfolge von der beliebten ZDF-Serie Das Traumschiff. Am Ostersonntag schippert Florian Silbereisen als Kapitän Max Parker zu der thailändischen Insel Phuket. Helene Fischer wird zu Ostern ebenfalls im TV zu sehen sein, im WDR und NDR wird ihr Konzertfilm Helene Fischer, Rauschleif zeitgleich ausgestrahlt. Bereits im Januar wurde der Mitschnitt ihrer spektakulären Show in der ARD erstmals gezeigt, demnach gibt es bald die doppelte Wiederholung. Schlagerfans können allerdings aufatmen, Florian und Helene werden sich im Osterprogramm nicht in die Quere kommen. Während das Mega-Konzert am Gründonnerstag ab 20.15 Uhr in WDR und NDR gezeigt wird, läuft die neue Traumschiff-Folge am Ostersonntag zur Primetime im ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017